Welches Elektroauto ist derzeit das Beste? Das beste Elektroauto, ja, das ist eine gute Frage. Kommt auf die Bedürfnisse drauf an? Mittlerweile gibt es so viele Modelle, dass eigentlich für jeden was dabei sein sollte. Es gibt kleine Stadtflitzer, die auch sehr beliebt als Zweitauto sind, wie den Fiat 500e oder den Renault Zoe. Dann gibt es so etwas wie hier im Hintergrund meinen Hyundai Kona oder den Hyundai Ioniq 5. Größere SUVs, die auch hobbytauglich, familientauglich sind oder mit denen das mal in Urlaub gehen darf. Und dann gibt es natürlich auch viele Luxusklassen, wie beispielsweise den Audi e-tron oder den Porsche Taycan. Einfach auf der nbw.com slash elektromobilität mal den Mobilitätscheck machen und die persönlich beste und nachhaltigste Mobilität entdecken.